Im Video bespreche ich noch einmal die wichtigsten Formeln zum Deltoid. Beginnen wir mit dem Flächeninhalt. Der Flächeninhalt eines Deltoids wird berechnet mit a ist e mal f geteilt durch 2. Der Umfang hingegen wird berechnet mit u ist gleich Klammer a plus b Klammer zu mal 2, weil die Seite a und b jeweils 2 mal vorkommt. Dann kommen wir zum Inkreisradius. Der Inkreisradius wird mit der Formel berechnet e mal f geteilt durch den Umfang. Kommen wir nun zum Pythagoras. Die Diagonale e wird berechnet, indem wir die Teillängen x und y addieren. Die Hypotenuse a zum Quadrat wird berechnet, indem wir x zum Quadrat plus f halbe zum Quadrat berechnen. Und die Hypotenuse b zum Quadrat wird berechnet, indem wir y zum Quadrat plus f halbe zum Quadrat rechnen. a und b sind jeweils die Hypotenusen und werden deshalb mit plus berechnet. Die Katheten x und y brauchen wir für die Berechnung der Diagonale e. Hierum handelt es sich um Katheten. Diese werden berechnet mit minus x Quadrat ist a Quadrat minus f halbe zum Quadrat. Das gleiche gilt dann für die Kathete y. Diese wird berechnet mit b Quadrat minus f halbe zum Quadrat. Was jetzt noch fehlt, ist die Kathete f halbe selbst. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, da wir beim Deltoid zwei Dreiecke zur Verfügung haben. Wir können also f halbe entweder berechnen mit a Quadrat minus x Quadrat oder mit b Quadrat minus y Quadrat. Das war ein kurzer Überblick über die Formeln des Deltoids.